das geht aus Lottl, hab ich den jetzt hingeschossen ok ähm dumm zweimal hintereinander zu schießen aber ich konnte warten und dann noch ein Versuch. So haben wir eine neue Position. Aber doch gleich eine. Entfernung. 670 Meter. 700. Revoir. So warten wir, bis ich die Lage da unten wieder beruhigt habe. Und dann der nächste Schuss. Der letzte Magazin, mit dem werde ich noch reintreffen. Vielleicht trifft man noch rüber. Der nächste. Das ist noch einer. Dahinter ist noch einer, oder? Nein, das ist keiner. Hier ist einer. Weg, 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 weg. Scheiß aufs Nachladen. Genau deswegen. Das ist wo ich bin. Und schießt mit Mercer auf mich, hey. Und ich denke, sie hat mich getroffen, dann schalte ich mich jetzt erstmal den Mercer aus. Okay, auf wirkliche Ziele zu schießen, bin ich nicht ganz so gut drin. So, wieder aufhören zu schießen, bis wahrscheinlich nicht mehr mehr was los ist. Oh, da liegt nur um, höh, weiß ich nicht mehr was los ist. Upsala. Ich muss immer was aufhören. Das ist der Masa. Das ist der Masa. Fuck. Ich habe das, wenn ich einen Heringen habe. st am wohl im Wiener das war nicht braucht über die täglichen da hinten ich versuche mich da hinten einzunebeln weil ich bin ich da gar nicht so ist da noch einer ich bin es Mann D gut Gut. Jetzt einfach bis er da wieder runterläuft und dann schieße ich. Nicht wenn er seitlich läuft, denn das ist schwerer. Gut, jetzt läufst er zurück. Hä? Das sind zwei? Okay. Ich weiß nicht, wie ich korrigieren soll. Schade. Ich wollte dich genau entfernen. Okay, da muss ich ein bisschen höher erzielen. Und jetzt läuft er darüber. Das gibt es doch nicht. Scheiße. Alter, das gibt es doch nicht. Ein Versuch noch. Nein, ich muss es schieben. Scheiße. Oh, du kannst ja alles helfen. Warum sind das denn so viele? So, diesmal muss jeder Schuss sitzen. Und ich werde immer von da nach dort drüben wechseln. Nummer eins. Das ist ein Meter. Das ist ein Meter. Zählen. Warten. Neuer Versuch. Gott bewegte das Gras. Ich muss Gott gar nichts. So. Treffer. Gut. Jetzt schnell weg hier. Gut. Auf die andere Seite. Jetzt nehmen wir am Friedhof. Das ist nämlich 700 Meter. 3, 2, 1. Fuck. Da wollte er unbedingt nach oben weg. Muss ich warten, bis er wieder aufsteht. Treffer Jetzt mach doch Gut Uiuiui Und Seitenwechsel Uiuiui so wird ich gerade gestört, werde auch schrecklich wieder gestört das hat sich angehört, dass es nicht aus etwas geht so, es ist jetzt keiner, der der Schuss daneben ist, das ist gut es wird gut, dass wir wieder beruhig sind den erwische ich hier Ha! Treffer! Warte runter, warte gut ganz unauffällig das erfordert man schattenschärfer als der von der Ruine